Ich bin Miguel Alejandro Lagos Miranda a.k. DJ Batero a.k. Quincy Cojones. Seit 24 Jahren, 25 Jahre, 25 Jahre, Vierteljahrhundert. Und das ist mein Lieblingsgroove. Trommeln bedeutet Heilung, Meditation, eine spirituelle Connection mit etwas Unerklärlichen, Magie und Lebensfreude, Glück, alles mögliche an positiven Energien. Was ist dein Lieblingsgespräch? Ähm, Fly Me To The Moon zum Beispiel. Was ist dein Lieblingsgespräch? Was ist dein Lieblingsgespräch? Was ist dein Lieblingsgespräch? Ich bin gerne auch als DJ unterwegs, da wir hier im Studio ständig abhängen, spiele ich auch gerne mal Piano, mal ein bisschen Bass, mal ein bisschen Gitarre. Ich koche sehr gerne. Seit Corona bin ich am Gärtnern, was ziemlich geil ist und leidenschaftlich und eine Art Revolution für mich. Und ja, ich mache Leute gerne glücklich in jeglicher Art. нова Wirklich Bevölkerung bis zum Beispiel h Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.